Wir sind gerade auf dem Weg von Hamburg nach Stockholm, um unseren Ravage-Fighter Nasrath Hachparas bei seinen Vorbereitungen für Ravage 2 zu besuchen. Sein langjähriger Coach Ismail Setinkaya ist mit uns dabei. Folgt uns auf dieser Reise und erlebt, was ein Ravage-Fighter durchmacht, damit er seine beste Leistung im Oktagon gibt. Nasrath trainiert seit mehreren Wochen im All-Stars-Gym in Schweden. Dort trainieren weltbekannte Kämpfer wie Alexander Gustafsson oder Reza Matt Dodi. Wir haben gerade angefangen, dass es etwas größer und größer ist. Wer hätte gedacht, dass in Schweden MMA die Arena mit 33'000 Menschen füllen würde, um 4 Uhr in der Früh. Die Interesse, die wir in der M.M.A. haben wir in der M.M.A. geschah so schnell, dass es meine breath ausfüllen ist. Und diese Sache geschah so schnell, dass es sich nur aufgewandert. Und wir haben viele gute FIGHTERs jetzt kommen. Ich glaube, dass es noch mehr GREAT Champions kommen aus hierher kommen. Absolut, weil wenn man das Ziel hat, wenn man das Ziel ist, wenn man das Ziel will, dann warum nicht? Untertitelung des ZDF, 2020